und herzlich willkommen zu einem neuen let's play break force heute auf der map medial war von krittel mit dem mister dark ist er auch im clan ist ja wir spielen heute beide mit dem beacon mal schauen wie die map so ist ja ist das auch ein youtube-Kanal der natürlich verlinkt ist ja direkt direkt die erste Welt geworfen so ich bin kein Leben die Map scheint groß zu sein auch vor Ort ich bin die Rechte der Sportrein gerannt die Map ist alles andere als groß er hat gesagt gehört gesehen arm ist ja als es ist es ist es ist so wie viel wir aus 6 6 ist hier ziemlich knapp sollte eigentlich gehen okay also bist du oben ja wir machen nur er hat aber ich hab dich gerade leicht an Leicht für ja vielleicht du wolltest du nicht mit oben mit bieten spielen ich spielte bieten er hat bei mir sieht es aus wie Locust also wenn man sich ein bisschen er hat auch die die Bank er hat er hat er Backforce TV so ist das das war er hat und wo wir die abgeschossen es gibt es war ein nächster nämlich schlimm oh nein geht von uns vor und zeigte ich glück läuft der Kontinu ist eingestimmt neider komm ich weg war gestielt an der ich hier gerade im Fluss Prozent sie wichtig auch das bist du Junge kann er auch wird doch mal auf die Hände zu schweißen ich nicht hatte ich nie mal getroffen und sie hat gar keine Worte weiter kann man gar nicht nicht also das ist so heftig. Ja da kommen ich habe sieben Tage Weltraum Nades gewonnen, das muss ich ausnutzen. Ich habe die permanent gekauft. Oh du Lacker ey, die sind sowas von übelst OP, ne? Ja. Aber ich finde auf größere Entfernung oder mittlere Entfernung sind die nicht so geil, weil die halt so extrem weit rollen. Ja, aber mich helfen die nicht so wie die Snow oder Gift Nades. Oh ne. Ja, diese sind immer noch... Weil die sind richtig traurig, wenn man die werfen muss. Ja, das sollte man mit ihm von hinten genutzt. So, komm, den haben wir. Oh, nein, 42. Oh, 30 KP. Nein, komm, Hilfe, wohin? Ich sehe grad keinen, da. Ich muss extrem aufpassen, dass nicht ihm von hinten verwischt wird. Sorry. Oder von dem, mit dem man No-Kill macht. Witz und Bui. So, komm her. Boah. Boah. Nein, schon wieder von hinten. Ach, der will jetzt trollen und schafft es noch. Ist der wirklich ein Free 1 sagt? Ich gehe mal davon aus, dass ihn keiner haben will. Oh mein Gott. Bin sogar negativ. Nein, ich habe nicht ganz zu dir geschafft, ich werde leicht unterbrochen. Von deinem Mitspieler kann sich nicht bei denen bedanken. Ja. Oh, ne. Mensch, das ist so traurig. So hast du ein Planet abbekommen. Ja. Auch hier kommen alle, ich komme nicht zu dir rein. Nein, der Chat gehört, hör auf zu chatten. Nein, da kommt. Kommt ein anderes. Nein, jetzt kommt es ziemlich schnell. Oh. Nein, scheiß auf den Free. Oh, ich finde ich von, drei verfolge mich mit No-Kampf, Mann. Hey, das ist so. Nein, die wurde auch getreut. Zum Teil Nelst durch sich, wenn die jetzt die No-Kampf mit Wort ist, dich verfolgen. Oh, krass, ich bin oben geriest worden. So. Kommt still, nein, komm. Na, na, na. Jungs, so, Jungs, ziemlich am Arsch. Jungs, so, Jungs, ziemlich am Arsch. So, Jungs. Ah, da, komm schon. Ja, nein, war nicht mal mein Köln. So. Die sind noch, nein, es kommt jetzt. Trollst du oft, Leute mit No-Kampf. Was hast du? Ja. Der kommt in No-Kampf. Junge. Echt jetzt zwei mit No-Kampf. Jetzt nervt es mich. Oh, nein. Aber es ist echt schlimm. Mich freundet alle mit No-Kampf. Das ist so traurig. Alter, ich muss gerade mit Biegen auf die Entfernung. Klar, komm, Alter. Ich stehe hier oben auf so einem Turm und komm hier irgendwie nicht so weg. Also, ja doch, ich würde wegkommen, aber... Alter, Mann. Ich komme mit dem Biegen gerade gar nicht. Ich leuchte voll wenig. Alter, ich habe auch nur 19,5. Aber die Map ist auch viel zu klein. Ja, haben zu viele Spiele. Für so viele Spieler, ja. Also für so viele Spieler. Sonst ist sie eigentlich ja ganz gut vom Prinzip, aber... Also, es gibt ja viele Maps, die sind sehr schön gebaut, aber zum Spielen nicht sehr gut. Äh, Klon. Klon. Ja, genau, Klon. Die sind richtig geil gebaut, aber ja. Ja. Die meisten einfach viel zu groß. Ja, er sagt ja auch immer, er macht zwar immer alles, auch die Bricks weglöschen, unten drunter und so, und sparen Brick, wo es geht, aber... Wir, selbst dann haben sie noch irgendwie 100.000 oder 500, 200, 300.000 Bricks und das sind einfach viel zu viele. So, komm. Ich meine, Ringstar 3. Ich meine, what the fuck, ne? Wie viele habt ihr? Ja, wer hat so viel Langeweile und baut so ne Map? Ja, sie sieht so richtig geil aus, aber die spielt ja keiner. Die lässt ihr hier richtig scheiße spielen. Wieder ne Nate. Nate Force. Nate Force, Bug Force, Leg Force. Okay, die Legs gehen eigentlich in letzter Zeit, muss ich sagen. Ja, 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 in letzter Zeit. Das ist ziemlich nice. Außer letztens im CW, das war kacke. Ja, ja, er kommt schon wieder mit dem Fisch angerannt. Oh, immer nicht jetzt positiv, Mann. Ja, letztens im CW hat es ein bisschen geleckt, aber, naja, hatten wir trotzdem noch gewonnen. Ja. Ja, Prestige jetzt richtig nice mit der Klon KD. Ich denke, ja, viele, wir formen Winz, aber, ja. Ah, ne. Das sind halt dann wieder die Hater, würde ich sagen. Ey, komm, ich wurde jetzt schon wieder genahkampft. Kann man das sagen, genahkampft? Ja. Genahkampft. Ich werde die ganze Zeit können nachkampftigen, die kommt es mir so vor, also, alle mit dem Nachkampfaffen auf mich hin. Von, was ganz schlimm, drei Leute. Auf Entfernung raus, ey. Jetzt auch mal, komm. Jawohl, ich hab auch mal einen geholt. Ich hab mal diesen Avatar holen, der macht eigentlich nur einen Nachkampf auf mich. Hast du noch Biegen? Ne, doch. Ich hab noch die Biegen, ja. Oh, das ist klar, das bin ich. Ich halte durch mit der Biegen. Oh, der kommt gleichzeit. Okay, der am Wurf ist das. Nein. Oh, ich hab zwei so übel mit Nentern gehüllt. Autsch. Und von da, Alter. Okay. Das blaue Team ist ein bisschen besser. Oh nein. Nein. So, komm den Nachkampf ich jetzt mal. Nein, ich hab dir noch Prämie. Scheiße. Ich bin rausgeflogen. Echt? Hm. Na ja, wir kommen sofort wieder rein. Ja, es gab schon wieder voll der Raum. Na ja, die Runde geht ja nicht mehr lange. Nein. Alter, kommt ihr schon wieder mit dem Nachkampf an. Das gibt's doch nicht. Verstecken jetzt hier hinten. Und dann sieht er mich hoffentlich nicht. Von drei, war? Ähm, ja, von drei, Raum, 95. 95, gerade vor. Voll von zwölf Spielern. Ach, das ist dann schon hier. Es soll mal jemand aus deinem Raum, aus deiner... Es soll mal jemand rausgehen. Schreib das mal. Ja, glaubst du es geht ein echt jemand raus? Au, 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 au. Ach, da oben. Komm schon. Äh, ist der jetzt tot? Nein. Da war's ganz bisschen. Na, jetzt komm ich nicht hin. Jetzt. Komm, vielleicht erwisch ich den. Ja, eigentlich hab ich hier mal genau gekauft. Oh, und ich bin reingekommen. Nice. Ach, das bei mir. So. Vielleicht die ganzen Map runtergefallen, ey. So, jetzt geh ich hier wieder nach unten. Oh, direkt das Premium weg. Das gibt es nicht. So. Oh, wie hab ich jetzt den Spike noch erwischt? Beim Nachladen? Nein! Verdammten Sommerwaffen, ey. So. Oh. Okay, 69, 91, holen wir das noch auf. Ja, komm, kriegen wir noch hin. Das bekommen wir noch hin. Autsch, lasst mich. Ihr müsst euch gehen lassen. Ihr müsst euch gehen lassen. Autsch. Ah, darum ist ein Sniper. Ja, der chillt da oben. Hat aber nicht mehr viel. Und jetzt dürfte er da und sein. Nein, mein dann. Oh. Nein, pass auf, da rechts stehen sie. Okay. Ich geh jetzt mal wieder in den Spawn rein. Okay, doch nicht. Hier komm ich. Ja, da ist leider Brick Force abgeschmiert. Tut mir leid. Hab die Verbindung verloren. Eigentlich ja. Wollte ich nur noch sagen. Eben, Mr. Dagnis Kanal ist in der Beschreibung. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.